Ich mache so lange auf, bis ich einen Blitz habe, also die sieben mache ich sowieso auf, aber dann, wenn ich bei den sieben keinen Blitz habe, mache ich so lange Crystals, bis ich einen Blitz habe. Okay. Ich gehe hier nicht ohne Blitz nach Hause. Okay, ohne Blitz gehst du hier nicht nach Hause. Okay, dann 3, 2, 1 und go. Shit. Könnte ich auch nicht. Ah, auch keiner. Was hast du denn du gerade? Oh, Frankenstein, schon wieder. Ich habe Materia Cat. Da kann ich noch immer noch kein Blitz. Ich habe auch noch keinen. Exelman. Zwei Rollen noch. Oh, fuck. Nur mir. Auch nix. Noch einer, wisst ihr schon. Auch nix. Und die letzte. Keine Blitze. So ein Scheiß. Sieben Rollen. Crystal oder was? Crystal oder was? Keine Blitze. Ja, aber ich habe keinen Blitz. Und Crystal, die Crystal, Leute. Ach, fuck. Ach, quatsch. Nichts. Nichts. Nochmal Crystal. Sondern. Kein Blitz. Keine Bra. Klar. Klar. Ah, Crystal. Jetzt bin ich aber bei dir gespannt. Was hier jetzt rauskommt. Das gibt es doch wohl nicht. Immer noch nix. Immer noch nix. Ich habe... Ich mache auch noch eine Crystal. Ach, nix. Nix. Süßische Hexe. Ach, kommt noch einer. Dann haben wir auch noch 100 Crystal. Nischt. Immer noch nix. Was ist das denn? Schau dir alle raus, ey. Ey, das ist verflucht. Ach, das gibt's doch nicht. Alter, ich habe gleich keine Crystals mehr. Meine Crystals. Ach, quatsch. Fucking Crystal, Sammich. Ach, quatsch. Da hast du jetzt aber ein Deal gemacht, hä? Hm, steh zu meinem Wort. Geh nicht ohnehin. Blitz nach Hause. Go, go. Alter, was ist das für ein Scheiß? Das geht gar nicht. Geh mal raus. Geh mal raus. Aus dem Dings. Dafür deine letzte. Mal raus. Geh mal auf deinen Shop. Mein Shop? Ja, mach einfach mal. Das ist so... Nee, nee, nicht der Shop. Nee, nee, nee. Ich mein Ehrenshop. Also nicht Ehrenshop, sondern... Dein hier, wo man Ruhen bekommen kann. Ach so, den Shop. Ja, ja. Wo ist denn der? Da, genau. Jetzt scroll mal nach unten. Jetzt geh wieder raus. Jetzt guckst du mal im Chat. Guck im Chat. Ja, okay. Okay, jetzt kannst du... Ja, kannst auch wieder rausgehen. Und jetzt mach die Crystalbeschwerung. Ach, Quatsch, ey, nee. Aber hier, das Pinguin-Ritterwind. Fuck, aber Marv, ich hab keine Kristalle mehr. Ey, das gibt's doch wohl nicht. Wie viel Beschwerung war denn das? Schon 17 oder so? 17, 18 oder so. Oh, sehr, sehr, sehr bitter. Tja, Robbe. Was soll ich dir da jetzt sagen, ne? Keiner hat Blitze in den Chat geschrieben. Ja, eben. Was ist mit euch nicht los? Daran lag's. RIP-Blitze. Da hat keiner geschrieben. Fuck. Tja, Robbe. Keine Kristalle mehr. Keine Blitze. Kein Orakel. Orakel gibt's hier noch. Ja, ja. Oder Trevor. Was ist denn gut hier? Trevor, ich hab jetzt grad nicht richtig hingeguckt. Ähm. Na, Orakel ist geil. Meeresherrscher ist geil. Ähm, ja, Trevor, wenn du nicht hasst. Tyron hasst du ja. Schreiben alle Light and Dark. Ne, ne, ne. Light and Dark machen wir nicht. Fuck, Mann. Ich würd so gern noch ne Rolle aufmachen. Na, was willst du, auf was sparst du die Sonderbeschwörungen? Äh, auf... Hier auf chillig. Auf, äh, in zwei Wochen... Ne, follow it. Danke fürs Following. Ah. Bin schon wieder gereizt. Du weißt aber, ja. Du weißt, ich hab 150 mehr Erfolg gehabt, als du mit deinen 1000 noch was Steinen. Äh, ist da. Ja, stimmt. Wie viel waren das? Wie viel Steine? Die du hattest? Ne, die du hattest. Das waren doch... Ne, die du gespart hattest, wo wir dann geöffnet haben. Ach, das waren über 500. Das weiß ich noch. Meinst du, wenn ich jetzt Sonderbeschwörungen mache, blitze es? Aber wenn ich jetzt sage, ja, ja, und es schlitzt am Ende nicht, ja, dann bin ich der Arsch der Nation. Hier, Rob macht die Stones auf. Ich rieche die Praha vor you. Praha hab ich zu Glück schon. Hab grad Windbobor King aus einer Mystischen bekommen. Wenn ich jetzt die Steine weghau' und ich hab keinen Blitz, dann bin ich richtig dauernd. Okay. Wir können ja noch eine andere Wette abschließen jetzt, wegen den Blitzen hier jetzt. Okay. Oh, was. Leit in Dark oder Report? Äh. Komm, ich mach... Äh, wenn du, wenn du, ähm, jetzt keine Blitze kriegst bei den Sonderbeschwörungen, dann... Ich will dir eigentlich gar nicht alle aufmachen. Ich will dir eigentlich nur bis zu einem Blitz. Ja, aber guck mal, guck dir die scheiß Net5s nochmal an. Mehrjungenfrau. Ja, okay, das Einzige, was Trevor kann man benutzen, so. Aber Sylphe brauche ich nicht. Mikene brauche ich nicht. Ja, Net5, okay. Aber Net5, hey. Da kriegst du Net5. Hast du Tyrant-Skill-Ups, Barretta-Skill-Ups, bei keinem Blitzen. Nee, nee, nee. Ich warte auf chillig, das bringt sonst nichts mehr. Ja. Das ist die selbe von mir. Das ist das Keymaster für Dragon Speed hier. Oder ich mach hier Feuerrolle auf. Naja, du hast noch Feuer. Ja, eine Feuer. Was machst du, hast denn die? Ja, da will ich ja auch mal einen Summons von machen. Okay. Ich hab schon eine Idee für Wasser, hab ich schon. Aber für Feuer noch nicht. Okay, Feuer. Zell runter. Drei, zwei, eins, go. Ach, Quatsch. Oh mein Gott. Ey, guck mal, der ist gut. Der ist gut. Ja, genau. Der ist gut. Der ist scheiße. Hä, der ist gut. Ja, der brauchst du erstmal einen, der Immunität macht und dann haut er mit dem dritten Skill. Stunt er sich eigentlich selber. Hat einer bestimmt drei Steine, Robber. Wind kann ich auch noch. Nein, mach ich nicht. Boah, mir kribbelt es richtig in den Finger. Hab ich nicht noch Steine? Äh, hier, Crystals. Hab ich nicht noch irgendeine Crystals? Okay. Ey, das ist ein scheiß Blitz, ja. Das ist ja nicht normal. Ja komm, dann mach ich halt scheiß Steine auf. Oh, Bestienjäger. Also warte mal, warte, warte, warte mal. Ihr müsst jetzt mal alle Blitze schreiben, ja? Sonst hat das hier absolut keinen Sinn. Aber echt. Aber oben im Kanal-Chat, ne? Also Kanal-Chat und hier müsst ihr jetzt Blitze schreiben. Blitz mit P und mit N. Genau. Ich hab doch schon... Boah, Blitze geschrieben. Ja, warte mal, warte mal ganz kurz. Ich öffne gleichzeitig Max seine komischen Feuerrollen hier, ja? Ja genau, da kommt schon jetzt ein Blitz. Ey, dass da kein Blitz gekommen ist, das ist verflucht. Ja, die 20. Das haben wir gleich. Guck mal, ich schreibe alle Blitze, du musst runterzählen. Ich muss erstmal Max seine... Danke, danke, Leute. Jetzt kommt bestimmt der Blitz. Net 5. Caro, du musst zählen. Drei. Alle warten auf dich. Zwei. Eins. Null. Ach, scheiße. Das ist verflucht, ich sag's dir. Das ist einfach nur verflucht. Fuck, ey. Warte mal kurz noch auf mich. Wir schaffen das zusammen. Der Blitz kommt noch. Incoming. Hoffentlich. Ich muss ja hier bei Max jetzt seine Haver ziehen. Aus fünf Rollen. Ich muss noch warten. Das ist der Blitz, das ist der Blitz, das ist der Blitz mit Juken. Hm? Woll ich noch warten? Ja, ja. Warte mal. Das ist der Blitz. Oh, schön. Das Passwort ging schon mal nicht. Kann doch nicht gehen. Ey, scheiße. Ey, ich hab's heute mit dem Vorschreiben, ey. Come on everybody. Everybody. Hä? Hast du das Spiel? Ich hab's doch richtig eingeschrieben. Was ist denn das? Das Spiel verarscht mich. Volle Kanne. Dich verarscht das Spiel. Naja. Naja, schon so ein bisschen. Siehste, du hast doch noch Ehrenpunkte. Ja, was meinst du? Du bist für die Mystische. Fuck it, ey. Hast du noch Gildenpunkte? Ach ne, du sprachst ne, für Ifrit. Fuck it. Du sprachst ja für Ifrit. Oh, Max hat geschrieben. Ja, siehste, ich hab's nämlich schon, er hat mir nämlich gerade geschickt, aber ist schon wieder, ey. Ich hasse so ne Passwörter, ohne Mist, das ist... Ich sag natürlich jetzt nicht was für welche, aber ich hasse sie. Ohne Mist, ich komm bei dem Max nicht rein. Ich sag dir, das Spiel verarscht mich. Vielleicht ist das die Zeit, die du brauchst, damit Summoners War wieder klarkommt in seiner Burner. Und dir einen Platz gibt. Fischwax schreibt, Robbe lass es. Es lässt sich nicht erzwingen. Ach, jetzt geht's. Ach was. Max, dass du dein eigenes Passwort noch nicht mal richtig kennst, das ist schon ein bisschen bitter. Aliens Diablo, das ist auf Karos Wings, das kann ich, das muss er wenn dann Karo hochladen. Jaja, ich lad das hoch. Keine Angst. So. Oh, fuck ey. Scheiße. Okay, ja. Was haben wir, also wir haben ja hier diese fünf tollen, äh, Feuerrollen, ja. Also, incoming, irgendwas. Was? Bist du schon da? Ich hab ja noch... Ich bin da. Ich hab noch zweimal Sonderbeschwörung. Zweimal Sonderbeschwörung. Das heißt, 2 Net5 heißt das. Okay, warte. Ich geh natürlich Gleichberechtigung für alle, ne. Was ist das, ey? Wie viel Summits hab ich schon gemacht? Ich kann ahnen, 25 oder so. Wie kann man... Ein Blitz. Wie kann sowas sein? Wie kann sowas sein? Ja. Ja. Leute, also Blitze schreiben wieder mal, ja. Wenn das erste Blitze kam, dann werden wir öffnen. Blitze mit P und O. Los. Ah, nix. Magie Schütze. Komm, jetzt gib uns doch mal... Ein Blitz. Und greif. Pinguin Ritter. Max, es tut mir vollkommen leid. Kein Blitz bei 5 Rollen. Ich hab'n Blitz. Ne. Fucking Undine. Fucking Undine. Bei den Sonderbeschwörungen? Oh, ja. Ah, na, wenigstens was. Ich bin erlöst. Du hast dein Versprechen gehalten. Oh, das war mal ein richtig teures Versprechen. Also Max tut mir echt voll leid, ja. Dass es wieder keine Hava geworden ist. Aber guck mal, du hast doch coole Monster Zairos. Ja. Du hast'n Galle. Du hast'n Theoboros. Du hast'n Shasun. Ne. Auf jeden Fall nicht. Und guck mal, du hast zu. Oh, Max, bitte mach'n nicht Schluss mit mir. Drei Crystal. Was soll das Monster vorstellen? Drei Crystal. Achso. Noch drei Crystal. Achso. Ja, stell' mal das Monster vor. Aber warte, wir machen erst bei dir noch drei Crystal. Ja. Vorelementar. Ne, der ist auch so. Der Crystal nimmt nicht mal so los. Bestienjäger. Ey, ohne bis heute ist'n Verarschetag. Kein Blitz. Max, tut mir leid. Das ist'n Verarschetag. Alphara schreibt, jetzt weißt du, dass du nie wieder was versprechen wirst. Ja, ich glaub' das weißt du jetzt auch, Robbe. So, Undine. Wasser, Leute. Ich stell' das kurz vor. Ist'n gutes Monster. Ist'n echt'n gutes Monster. Mir gefällt die ganz gut mittlerweile. Ist'n nice Reviver. Könnt ihr euch fusionieren. Ihr, wir lebt in der Tote Verbündete, haben wieder mit 40% HP. Kann auf sich selbst sogar noch benutzt werden. Ist aber nicht unbedingt nötig. Erster Skill. Ist recht nice. Mit'n Crit. Direkt'n Freeze drauf. Und der zweite Skill wurde gebufft. Die wurde gebufft kürzlich. Die Chance, dass wir quasi Glancing Hits machen. Und ne Heilung dabei. Also, für ein schönes Dragons Team. Richtig gut geeignet. Wenn ihr keinen Reviver habt, ist sie gut. Ansonsten Late Game könnt ihr sie vergessen. Das war's. Wie können wir sie ruhen? ACC auf jeden Fall. Wegen Glancing Hit und diesen Eistropfen. Aber ich würde vielleicht auf... Wie viel Speed hat die? Ah, ist ja gar nichts. Vielleicht auf Gewalt... Was machst du da? Ja. Ich seh das nur rechts. Das ist nur dein OP-Monster. Ach so, mein OP-Monster. Ja, ich wollte es mal ein bisschen special. Ach so. Juh, die Spotlight. Jaja. So. Weil es so OP ist, werde ich sie jetzt rückgängig machen. Nein, okay. Alles klar. Ich hab mich wieder beruhigt. Alle meine Steine sind weg. Meine ganzen Crystals. Mit der ich eigentlich was anderes machen wollte. Aber ist egal. Es gibt Schlimmeres. Genau. Es gibt Schlimmeres. Jetzt hat die Kante aufgericht blitzt. Es hat aber lang gedauert, ey. Mein Gott, ey. Fucking... Nicht mal Crystal Summits haben wir diesmal geholfen. Nee. Keine Magic. Keine Magic. Jetzt hab ich im Shop auch noch diese scheiße mystische gekauft. Im Ehren-Shop. Hab ich noch nie gemacht. Vielleicht ganz am Atmen. Nein, ich...